Hallihallo meine Lieben! Willkommen zurück zu einer neuen Folge eines Let's Play Parts The Legend of Zelda The Windraker mit mir, Lena. Wir sind in Ganons Castell. Wir haben alle Endgegner hier besiegt. Mal schauen, was uns noch erwartet. Ich will ja noch nicht hoffen, dass der Endgegner schon Ganondorf ist, aber wär schon cool irgendwie. Was hüpft da? Hi! Was bist du denn? Ach so. So ein Scheißvieh. Ja. Das sieht mir schon mal scheiße. Oh Gott! Hallo! Seid ihr behindert oder so? Aua! Kannst du nicht wagen? Naja. Tja. Das sieht mir nicht so schön aus. Einfach mal durch. Miep! 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 Warum habe ich gewusst, dass es noch nicht alles war? Was sind das für Diener? Oh! Was passiert dann? Ist dann hier so eine Überflutung oder so? Scheint falsch gewesen zu sein. Vielleicht muss ich denen eine besondere Reihenfolge machen. So bei Kreuz oder so? Was passiert dann? Wo? Den noch vielleicht? Hey! Das war sogar richtig! LOL Oh, was war das? Oh, der Leunkönig! Da hätte ich mich auch erschrocken. Gannon ist also von hier aus wieder auf die Oberwelt gelangt. Link! Machen wir uns doch noch... Machen wir uns doch denselben Weg, den Gannon beschritten hat, zu Nutze, um auf die Oberwelt zu gelangen. Solltest du also noch etwas aus der Welt oberhalb des Meeres benötigen, geh an Bord des Bootes und störe auf das Licht zu. Oh cool! Oh, da kann man bemachen. Noch was Wichtiges zu sagen? Wenn du wieder in die Welt... Äh, ja. Aber ich weiß nicht. Ich brauch eigentlich noch nichts zu. Ich will aber trotzdem Speichern machen. Kann ich später noch. Ähm, oder? Ja, später. Ich brauch eigentlich nichts mehr so dringend. Ich hätte sie... Naja. Äh, ich weiß nicht. Ich geh erstmal raus und guck. Ich hab irgendwie Angst. Hm. Und hier? Was ist hier? Ich mag Gannon's Castile nicht so sonderlich. Was ist das? Grabstein. Die Schwerter, die meine Knechte in den Tiefen der Dunkelheit schwingen, weist den Weg zu mir. Die Schwächter... Die Schwerter der Wächter weisen den Weg. Aha, okay. Ich will dann einfach nicht runterspringen. Nein, na. Die Schwerter der Dunkelheit hören, ne. Seriously. Äh. Was soll's? Ich hab ja gespeichert. War das falsch? Nein. Ja, ist ja auch gar nicht viel, oder so. Ei. Party. Ja. Auch! Ich dachte, man kann ihn zurückpfeffern, aber nein! Hallo! Was willst du von mir? Bist du scheiße, oder so? Oh mein fucking Gott! Oh, hat ihn getroffen. Oh, das war der falsche Die Schwerter weisen mir den Weg Okay, ich muss hier lang Ich muss wahrscheinlich hier lang? Ich weiß nicht Wahrscheinlich war das falsch Nee, oder? Geht mir nicht so Warte Wo bin ich jetzt hier wieder? Bin wieder am Anfang, oder was? Bin ich vom Natzen, oder so? War wahrscheinlich der falsche Weg Oh, ist das lustig Kann ja nur was werden Viel Herzen Wäre mal nicht so schlecht Ah, wie doof Okay, dann gehe ich halt wieder den Weg Ich mag die Schattenwichte ja so sehr Ich mag die Schattenwichte ja so sehr Ich mag die Schattenwichte ja so sehr Jetzt! Nein! Autsch Das tat weh Ja Das scheint mir jetzt aber der richtige Weg zu sein Oh mein Gott, wie viel der Schattenkrieger abzieht, ey Ja, das scheint da zu sein Okay Was für eine Lümmelgetümmel hier Was fällt dir denn ein? Ich bin ein Herzteil So Bleibt mir ja nur noch eine Tür, ne? Oder? Ja, scheint so Oh Gott Das ist so übel Na? Ach, schön Wo ist er denn? Da ist er ja Hi Schnucki Nein, man hat sich auch was getroffen Ha Ah, das mache ich doch gerne Nein Nein Natürlich trifft's mich Mann Arschloch Komm Wichser Wichser Sorry Das kann ganz schön ins Auge gehen, weißt du das? Aua Oh Gott Ich verfalle leicht in Panik, aber ich habe ja noch gefehlt Nein Nein, wieso? Picser Mann Okay, ich brauch langsam So ein Arschloch! So, komm runter! Autsch! Oh, ein Arschloch! Oh nein! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ich kann ihn doch jetzt einmal wenigstens treffen. Wäre ja schön. Ja! Das ist immer so schön, ne? Das zeigt mir genau den Weg! Ich glaube, ich muss hier lang. Ja, sieht mir richtig aus. Die gehen auch kaputt nach einer Zeit. Das wusste ich ja gar nicht. Was ist das denn eigentlich hier für eine Endloskette? Na ja, ich mach mal hier einen Cut. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt noch hier so weitergehen wird, aber ich hoffe mal, es wird langsam mal weitergehen. Naja, ähm, ich würde doch mal sagen, viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch eure Lenschen 93. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.